Einen wunderschönen guten Morgen liebe Traderinnen und Trader und damit herzlich willkommen zur Besprechung unserer heutigen Handelsideen hier für den 30. Oktober. Morgen ist Feiertag in vielen der neuen Bundesländer. Von der Seite her steht ein schöner entspannter Mittwoch vor Ihnen, die hier in den ostdeutschen Bundesländern wohnen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mal, um ins Trading reinzuschauen. Dann können Sie ja morgen früh mal wieder hier direkt auch lauschen, was wir aus den Charts herausholen. Heute geht es um die Währungspaare Euro, britischer Fund, britischer Fund, Schweizer Franken und Schweizer Franken, japanischer Yen. Bevor wir hier in die Charts reingehen, der Risikohinweis, der Handel mit CFDs und Devisen auf Margen kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Wir sehen all das hier als reine Veranschaulichung und Weiterbildungsmaßnahme. Das heißt, wo Sie auch schauen können, wo in den Charts, wann, wie was passiert, um das Ganze auch etwas für Sie zu schärfen. Wenn Sie hier traden, dann ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie die Handelsinstrumente auch funktionieren. Das von meiner Seite als Risiko hinweisen. Alle, die hier live auch heute zuschauen, sowie die Elena. Guten Morgen, Elena. Ein herzliches Willkommen live hier in den Raum rein. Wer Fragen hat, direkt hier im Chat. Bitte einfach posten auf Facebook. Da können wir Ihre Fragen gleich klären oder aber auch den ein oder anderen Wunschmarkt hier direkt unter die Lupe nehmen. Und wir machen jetzt Business as usual. Das heißt, wir schauen einfach mal in die Marktvorbereitung, in die Tagesnachrichten und blicken damit auch mal noch ein ganz kurzes Stück zurück auf gestern. Was war gestern? Gestern war wieder mal so ein Tag, wo man einfach sagen kann, wir haben aktuell eine hohe Volatilität. Es geht hoch, es geht runter. Wir haben es gesehen gestern Vormittag, bis die US-Märkte aufgemacht haben, standen die Indizes hier bei uns auch in Deutschland und in Europa schön mit grünen Kerzen in den Charts. Und danach haben die USA gesagt, puh, wir verkaufen mal wieder. Zack, war wieder alles weg. Heute Morgen, wups, geht es wieder alles nach oben. Also wir haben momentan eine sehr, sehr hohe Volatilität an den Märkten. Das ist aber auch gut für diejenigen, die kurzfristig traden, weil diese hohen Schwankungsbreiten, die geben natürlich immer wieder Chancen für gute Trades in die eine oder andere Richtung. Wichtig ist halt, dass man sich an den richtigen Stellen im Chart auf die Lauer legt. Da hatten wir ja schon auch das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Das ist auch immer mal wieder Thema in meinen edukativen Parts. Die werden wir in Zukunft auch immer wieder beleuchten, damit sie hier auch lernen, an den richtigen Stellen zu warten. Und das sind die wichtigen Punkte. Ludger ist auch hier. Einen schönen guten Morgen an dich. So, jetzt gehen wir aber mal in die Tagesnachrichten. Sie sehen hier, mit der höchsten Relevanz bekommen wir um 9.55 Uhr die Veränderung der Arbeitslosigkeit hier bei uns auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Eine Prognose, ein Rückgang von 12.000 Stellen. Am Nachmittag um 15 Uhr bekommen wir das Kontransportverbrauchervertrauen für den Monat Oktober aus den USA. Und wo wir gerade beim Thema USA sind, bitte auch nicht vergessen, die USA haben ihre Uhren noch nicht umgestellt. Das heißt, der Handel in den USA geht momentan um 14.30 Uhr deutscher Zeit los und endet die Haupthandelszeit um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Ich glaube, die USA stellt nächste Woche die Uhren um. Die sind da in dem Moment ein wenig nach uns dran. Was kommt heute im Endeffekt noch? Ja, Arbeitslosenzahlen haben wir gehabt. Wir bekommen um 11 Uhr das Bruttoinlandsprodukt. Und ja, was haben wir noch? Den Verbraucherpreisindex um 14 Uhr hier in Deutschland. Und um 21.30 Uhr gibt es die API Rohöl Lagerbestände. Das sind mal die wichtigsten Nachrichten für heute aus dem Bereich Deutschland-Eurozone, also Europa und den USA. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Ich gucke aber gleich mal noch. Wir haben ja heute einiges zum britischen Fund. Da gucken wir gleich mal in den Tageskalender auch noch mit rein hier. Ich nutze da ganz gerne hier Investing.com. Es gibt viele Kalender, die das Ganze nutzen. Hat sich irgendwie so eingebürgert, dass ich hier den für solche kurzen Sachen nutze, wenn ich nicht meine eigene Software benutze, wo die Nachrichten auch angezeigt werden. Dann schauen wir einfach mal, was heute hier noch kommt. Wir haben ja Schweiz und Britannien noch mit drinnen. Das heißt Filter auf hier. Und dann machen wir mal Großbritannien noch mit rein. Wo sind sie? Vereinigtes Königreich hier unten. Und die Schweiz. Da oben ist sie schon drinnen. Das passt also. So Relevanzen 1, 3 und 2. Dann wenden wir den Filter mal an. Und dann gucken wir, was hier heute an wichtigen Nachrichten eventuell noch mit ansteht. Was haben wir hier in der Schweiz? In 24 Minuten gibt es Nachrichten aus der Schweiz. Der KUF Frühindikator. Das weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich nicht einschätzen. Überspannt hier den Bogen, was das Ganze ist. Wer das wissen möchte, bitte auch direkt reinschauen. Ansonsten gibt es heute nichts weiter, was wir jetzt hier nicht besprochen hatten. Von der Seite her passt das eigentlich alles ins Bild. Müssen wir zumindest von geplanten Nachrichten nichts weiter beachten, wenn wir auch die Währungspaare von heute mit anschauen. Und damit gehen wir direkt in die Währungspaare rein. Ich ziehe mal den Metatrader mit dem Stereo Trader Add-on hier in den Chart. Und da sehen wir schon die erste Handelsidee. Wir haben das ja gestern besprochen als Zuschauerfrage den Schweizer Franken, japanischen Yen. Und just in dem Moment, wo wir das Ganze besprechen, zeigt uns der Markt doch hier gestern eine mögliche Umkehrsituation an. Nach diesem langen Schub nach unten. Das hatte ich ja gestern avisiert, dass es da eventuell kommen könnte. Wir hatten hier am Freitag schon einen sehr, sehr starken Schub nach oben. Zumindest erst einmal als Zeichen gesehen hier bei 111,913 in diesem leichten Support-Bereich hat er halt reingepiekst. Ja, gestern gab es hier dann die Chance, den gleichen Markt sozusagen fortschreiten zu lassen. Aber es hat nicht ganz geklappt. Aber was der Markt gemacht hat, er hat hier oben drüber gepiekt, ist dann zwar wieder zurückgekommen, aber geht heute nach oben und das ist halt, wir gucken uns das gleich auch mal in der Stunde an, das ist ein Szenario, wo sich gut und gerne auch mal etwas Umkehr entsprechend bilden kann, wo wir einen, ja sag ich mal, einen Rebound bekommen oder eine Korrektur von dieser Bewegung. Und diese Bewegung kann jetzt sozusagen, ja gut, wenn jetzt nur noch bis 112 was kommt und danach wieder die Verkäufer reinkommen, dann hat sich das Ding ja eh erledigt auf der Longseite. Dann läuft das Ganze hier weiter. Dann haben wir so ein Stückchen weit Korrektur gesehen, wie hier oben. Dann dreht es wieder rum und dann sind das die Sachen, die dann uns anzeigen. Jetzt laufen wir hier nach unten weiter. Dann steht wieder hier die 111 9 1 3, beziehungsweise das Tagestief vom Freitag bei 111 3 mal 5. Also 111 5 5 5 japanischen Yen hier auf der Uhr, bevor wir dann hier unten diesen Bereich von 110 8 1 5 wieder anlaufen können. Das mal auf der Unterseite. Aber es kann ja auch sein, dass jetzt nicht nur, ich sag ich mal, das hier korrigiert wird. Also das heißt, dass wir hier eine weite Korrektur von dieser Bewegung aktuell auch schon haben. Sondern es könnte unter Umständen ja auch sein, dass der Markt diesen ganzen Schub etwas weiter korrigieren möchte. Dann hätten wir natürlich Potenzial nach oben hin. Schafft er das, dann ist der nächste Anlaufpunkt hier oben, dieser Widerstandsbereich bei 113 1 9 6. Darüber hinaus, wir sehen es, wir haben einige Tageshochs liegen, die wir dann anlaufen können. Das ist noch Zukunftsmusik. Ich weiß jetzt nicht, ob der Markt wirklich dorthin läuft. Da müssen wir uns absolut mal überraschen lassen. Nur wir schauen jetzt gerade mal in die Stunde rein. Und da zeige ich Ihnen mal, wie ich das gestern identifiziert habe, dass da eine Umkehrsituation nach oben hin entstehen könnte. Wie schon gesagt, wie weit die läuft, man weiß es nicht. Aber interessant ist es auf alle Fälle. Wenn Sie sich den Markt hier mal anschauen, dann werden Sie nämlich sehen, hier haben wir einen Aufwärtstrend, der sich gebildet hat. So, und dieser Aufwärtstrend, der läuft momentan innerhalb dieses großen Abwärtstrends erst einmal noch als Korrektur. Das heißt, das ist eine trendförmige Korrektur. Und die trendförmige Korrektur im Abwärtstrend, die passiert natürlich durch einen Aufwärtstrend. So, und jetzt kommt aber die Chance, die hier entsprechend besteht. Und die Chance sieht im Endeffekt so aus, dass der Markt hier oben drüber läuft. Das heißt, diesen Abwärtstrend kaputt macht. Dann haben wir nämlich einen validen Aufwärtstrend, der diesen Abwärtstrend sozusagen gebrochen hat. Und dann, dann liebe Traderinnen und Trader, dann haben wir wirklich eine reelle Chance, dass wir vielleicht ein bisschen höher korrigieren. Und dann haben wir hier oben nämlich die Anlaufpunkte. Wenn wir uns hier mal gemeinsam den Stundenchart angucken, den Stundentrendverlauf, dann haben wir hier oben die Marken in diesem Widerstandsbereich, den ich hier reingebaut habe. Da haben wir hier Marke, hier Marke, hier Marke, hier Marke, hier Marke, hier Marke. Da gibt es so viel, wo der Markt nach oben kann, wo wir Potenzial haben, ein Stück weit nach oben zu korrigieren. Und das sind dann die Dinge, wenn sich dieses Momentum, was der Markt hier momentan aufbaut, doch fortsetzt. Das ist dann der Punkt, wo wir tatsächlich einen guten Rebounce sehen können, der uns dann ein Stück weit nach oben führt. Fallen wir hier oben wieder um, das heißt, diese Marke hier ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Prallt der Markt hier ab, dann wäre das ein exzellentes Zeichen dafür, dass wir reif sind, wieder nach unten zu laufen. Und dann hätten wir erst einmal den Weg nach unten bis zu diesem Tief, dieses kleinen Aufwärtstrends. Und wenn das dann auch noch gebrochen wird, wäre das dann wirklich das gute Signal, dass dieser Aufwärtstrend auch gebrochen ist. Das heißt, die Korrektur ist dann definitiv beendet. Das heißt, hier oben, das wäre so, wie man so schön sagt, leichter blinde Einstieg aus einer sehr, sehr tiefen Korrektur. Ansonsten hier unten dieser Bruch und der hat dann das Potenzial, deutlich auch nach unten zu laufen. Gut, dann kommt erst einmal der Markt wieder sozusagen auf diesen Widerstand zurück. Ich muss mal kurz den Chart hier ein bisschen aufräumen, dass wir gleich das Bild auch sauber wieder sehen. Das heißt, wenn wir hier rumdrehen, da ist natürlich jetzt, wenn man sich das Ganze mal auf Tagesbasis anguckt, hier im Trading, groß bitte, so, hier im Trading, da ist jetzt natürlich, wenn wir hier jetzt rumdrehen und warten, bis der Stundentrend gebrochen ist, naja, da ist jetzt bis hierhin erst einmal nicht viel Platz, wenn man davon ausgeht, dass der Markt im Support wieder rumdreht und hin und her springt. Aber wenn wir hier rumdrehen und deutlich nach unten laufen, dann ist natürlich viel Potenzial da. Also es kommt hier auch immer wieder auf Ihren Zeithorizont drauf an, den Sie entsprechend auch mit haben. auf Ihr Risikobudget, das heißt, wie Sie Ihren Trade planen. Aber es ist auf alle Fälle mal eine Situation, wo ordentlich Bewegung in den Markt kommen kann und uns in die ein oder andere Richtung bewegt. So, gucken wir ins nächste Währungspaar hinein. Machen wir weiter mit dem britischen Fund Schweizer Franken. Hier auch im Tageschat wieder die Grundplanung gemacht. Und hier sehen wir, wir hatten den Markt schon mal besprochen vor einigen Tagen, wo wir hier diesen schön nach unten laufenden Abwärtstrendkanal haben. Hier gab es mal einen kleinen Ausreißer nach unten, dann sind wir aber direkt hier oben wieder rein. Und seitdem läuft der Markt in diesem schmalen Kanal nach unten. Und wir haben jetzt hier, sehen Sie hier diesen Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat, in diesem Bereich von 1,27802, also 1,278 in etwa. Da hat sich dieser Aufwärtstrend hier gebildet. Und hier ist dann sozusagen jetzt auch ein Bereich, wo wir leichten Support sehen an dieser Stelle. Und das sehen wir, dass der Markt dort auch supportet, weil wir fallen nicht runter. Wir gehen hier hoch, heute stehen wir schon höher als gestern. Das heißt, hier könnten wir jetzt tatsächlich auch wieder ein Umkehrsignal sehen. Heißt, wenn wir hier oben drüber laufen und die Stunde nach oben brechen, dann laufen wir über das Tageshoch von gestern bei 1. Was haben wir hier stehen? 1, jetzt muss ich mal das kurz etwas kleiner machen. So, und dann haben wir hier, ich mache mal das Kreuz hier rein. Also wir können hier, wenn wir über das Tageshoch von gestern hier oben drüber laufen, um die Marke von ungefähr 1,28482, da oben drüber, dann würde sich hier so eine Aufwärtstendenz abbilden. Und diese Tendenz, die kann man dann kurzfristig dazu nutzen, zum einen hier diese Tageshochs anzutraden, die wir hier haben bei 1,29, 0,1,2 und 1,29, 6,26 hier in diesen Bereichen. Das sind die Märkte erst einmal kurzfristig nach oben. Wenn das dann hier nachhaltig hochläuft, dann haben wir jetzt den Anfang der Bewegung in Richtung dieses übergeordneten Trends. Das wäre dann interessant, weil dann gibt es jetzt halt nicht nur kurzfristig diese Hochs hier, sondern dann steht mittelfristig auch wieder die Fortführung dieses Trends im Raum. Und das wäre dann gleichbedeutend, erst einmal, wenn sich dieser Trend hier, dieser Grüne fortsetzt, das Anlaufen der Marke von 1,31, 0,254. Diese Marke hier oben, was haben wir hier jetzt? Muss ich mal ganz kurz gucken, was war denn das Hoch hier gewesen? Schauen wir mal, das Hoch war gewesen bei 1,31, 0,91. Also hier oben drüber, hier wo die Maus jetzt ist, da setzt sich der Trend fort. Und wenn der sich fortsetzt, müssen wir ja hier drüber laufen. Und das ist das Gute, wenn man von hier unten raustretet, das Ganze zu projizieren. Was kann denn kommen? Wo kann denn der Markt hinlaufen, wenn er hier den Trend entsprechend fortsetzt? Und da sehen wir die Marken ganz, ganz klar im Chart. Wenn sich allerdings auf der anderen Seite diese Korrektur nach unten hin weiter fortsetzen würde, dann bricht der Markt halt hier unter dieses Level unten drunter. Nächster Anlaufpunkt, wir sehen es hier, wir haben ein paar Tagestiefs liegen bei 1,27. Moment, erst einmal das Tagestief hier bei 1,27, 5,8, 0. Etwas drunter ist die 1,27, 3,6, 2. Dann haben wir hier unten ein paar Tagestiefs um die Marke von 1,26, 9,3, 6. Und ja, der Markt, der könnte es sogar bis hier runter korrigieren. Wobei ich das schon dann als sehr, sehr große Schwäche sehen würde. Aber wir wissen ja nicht, was der Markt macht. Also wir haben nach oben Potenzial, nach unten Potenzial aus Trendsicht. Wäre natürlich das Potenzial nach oben hin deutlich interessanter. Ansonsten kann man hier die Unterseite kurzfristig auch durchaus in Betracht ziehen. Aber aktuell bremst der Markt ja immer so ein bisschen. Und auch hier gucken wir mal in die Stunde. Wir sehen also hier in der Stunde, wenn wir das Ganze mal sehen, hier gibt es so ein bisschen Ping-Pong-Spiel. Der Markt schiebt hier runter. Hier war sozusagen das letzte Hochbereich, das letzte Korrektur hoch. Da sind wir jetzt schon drüber gegangen. Und hier muss der Markt halt drüber ruppen. Das heißt, hier brauchen wir wirklich die Bildung des Aufwärtstrends an dieser Stelle. Dann wäre das ein Indiz dafür, dass wir hier nach oben hin rumdrehen. Denn ansonsten war dieser Schub nach oben hin, wie man so schön sagt, ein Fake und der Markt dreht nach unten. Das wäre dann das Zeichen, dass wir hier innerhalb dieses Kanals, der hier nach unten, wo wir das wirklich so schön sehen, dass der Markt hier in diesem Kanal hin und her springt, sehr, sehr schön weiter nach unten laufen. Das wäre mal sozusagen hier das Szenario auf der Unterseite, wenn es der Markt nicht schafft, wirklich hier oben drüber zu laufen. Das Indiz dazu. Und damit gehen wir dann in das dritte Währungspaar für heute. Und das ist Euro-britischer Pfund. Auch hier direkt rein in den Chart. Da interessiert uns erstmal auch der Tagesschart an dieser Stelle. Und auch hier ein Markt, der sich sehr, sehr schön entwickelt. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier oben drüber, das Große, ist sozusagen jetzt an der Stelle noch ein bärisches Bild hier. Weil wir haben diesen Trend nach unten laufen. Aber ich sage ja auch immer, wir haben hier eine riesengroße Spanne zwischen dieser Marke hier oben 0899956 und hier unten die 0872254. Da ist so viel Platz, dass sich hier zwischendrin natürlich hier, Sie sehen es selber, ein Aufwärtstrend gebildet hat. Und dieser Aufwärtstrend, der ist jetzt in einer weiten Bewegung. Und diese weite Bewegung kann durchaus noch weiter laufen. Der Markt hat die Kraft, wir sehen es halt auch hier, gestern hat er noch ein neues hochgeschoben wieder in dieser Bewegung, ist dann wieder etwas zurückgekommen, hat aber eine grüne Kerze dagelassen. Heute will der Markt schon wieder hier nach oben laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, schon eine schöne Dynamik, die hier nach oben mitläuft. An der Stelle der nächste Punkt zum Anlaufen nach oben hier, das sind die Tageshochs um die 089159, beziehungsweise dann hier oben haben wir noch zwei Tageshochs um die 089379 in etwa. Und dann haben wir hier das Tageshoch bei 089453. So, über den Daumen, Heiko, guten Morgen. Das kommt immer mal Zuschauer dazu, da freue ich mich sehr. Die, die es noch nicht gehört haben, wenn sie eine Frage zu einem Wunschschat haben, einfach hier in Facebook posten, dann können wir direkt auch auf den Chat drauf eingehen. So, also hier, die Oberseite hin, da kann noch einiges kommen. Aber, und das wissen Sie ja auch, jede Bewegung wird im Normalfall irgendwann auch korrigiert. Heißt also an dieser Stelle, gesetzt eine Korrektur ein. Und dann, wenn der Markt hier runterläuft, dann können wir wieder schauen, wenn wir das sehen, dass die Stunde beispielsweise auch anfängt zu schwächeln und nicht wirklich weiter nach oben will, dann haben wir hier nach unten den Tagestiefs liegen. Das heißt, wir haben hier das Tagestief von gestern bei ungefähr 088680, dann haben wir hier einen Tagestief bei 0886, dann haben wir hier diesen Supportbereich bei 088548, wo der Markt auch immer wieder drehen kann. Und dann, wenn wir uns den Stundentrendverlauf anschauen, können wir uns das Ganze auch nochmal hier in der Nähe auch anschauen. Wir haben ja sehr schön einen nach oben laufenden Markt. Ich mache das mal ganz kurz etwas kleiner, dass wir mehr sehen können. Das heißt, hier, wir sehen es ja sehr, sehr, sehr schön. Hier unten ist der Markt mal ganz kurz unter dieses Tief drunter gepikst. Aber hier Bewegung, dann haben wir hier, also die Korrektur, dann haben wir hier wieder sehr schön Bewegung. Hier hat sich auch wieder ein schöner Trend nach oben hingebildet. Der läuft halt und jetzt ist es halt wichtig, was passiert. Laufen wir hier oben drüber, setzt der Trend sich fort, drehen wir hier oben, haben wir erst einmal ein tieferes Hoch. Wenn wir das brechen, haben wir hier einen Abwärtstrend, laufen wir hier drunter, ist der Aufwärtstrend hier gebrochen. All diese Dinge sehen wir ja in den Chats und daran können wir ja sehen, ob der Markt jetzt weiter mit Stärke aufwartet oder eher nach unten rumdreht. Das sind interessante Dinge, die wir definitiv hier im Markt sehen können. Und da müssen wir einfach hier nur hinschauen. So viel an dieser Stelle zu den heutigen Handelsideen. Übrigens Thema Handelsideen. Ich hatte ja in der Vergangenheit immer mal auch die türkische Lira mit besprochen. Dann war die eine ganze Zeit nicht handelbar. Aber wenn wir uns jetzt mal Werte mit der türkischen Lira anschauen, dann sind die wieder handelbar. Es gab auch vor kurzem die E-Mail dazu. Wer sie nicht gelesen hat, hier wenn wir mal reinschauen in die Spezifikationen, dann sehen wir hier jetzt Euro türkische Lira voller Zugriff. Das gleiche haben wir auch bei US-Dollar-Koppelung. Also das Währungspaar können wir wieder traden. Und wenn es hier interessante Dinge gibt, dann natürlich gerne auch wieder drauf. So, jetzt gucken wir abschließend mal noch fix auf den DAX, wo ich ja gesagt habe, der macht hier einen Sprung hin und her. Das ist momentan der Wahnsinn hier. Lässt man sich schön auf die richtigen Stellen an, kann man viel machen. Was haben wir jetzt hier entsprechend? Wir haben jetzt in diesem Markt immer noch hier, Sie sehen es selber. Den Abwärtstrend hier mit Laufen. Wir haben hier sozusagen dieser Bereich hier oben. Das ist jetzt ein wichtiger Drehpunkt hier an dieser Stelle. Da müssen wir drüber. Dann wird dieser Abwärtstrend hier negiert oder beziehungsweise sozusagen beendet oder zumindest erst einmal kurzfristig gebrochen. Und was wir dann hier unten sehen, ist sozusagen hier den Aufwärtstrend, der sich hier nach oben hin fortbildet. Dann werden wir hier oben drüber entsprechend laufen. Hier unten haben wir so eine Art Bodenbildung gehabt. Da gab es nicht wirklich tiefere Tiefs. Das heißt, wir haben jetzt hier schon die Situation, wenn man sich das mal anschaut. Wir laufen hier nach oben, haben hier etwas nach unten korrigiert. Also hier eine Art Bodenbildung in der Stunde an sich. Und jetzt hat der Markt hier wieder den Weg nach oben gefunden, nach diesem doch Rücksetzer von gestern hier. Jetzt ist er wieder runter. Sie sehen es halt hier auch. Das haben wir jetzt. Und wenn wir jetzt hier oben drüber mitlaufen, dann wäre das die Fortsetzung. Das ist jetzt die Chance, die dieser Markt entsprechend auch hat, zu sagen, okay, das könnte jetzt was werden oben drüber hinaus. Wir haben jetzt hier auch in der Stunde, wenn man das so lesen kann oder möchte, eine umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation hier in diesem Bereich. Das heißt, wir haben jetzt hier den Markt, wo sich hier die Schulter, der Kopf und die zweite Schulter ausbieten kann. Hier haben wir die Neckline, die Nackenlinie. Wenn die nach oben hindurchbrochen wird, dann hat jetzt hier der Markt mal eine echte Chance auf einen Rebound, der dann nach oben laufen kann. Marken hier kurzfristig in der Stunde sehen wir auch hier die schönen Hochmarken hier, die Hochpunkte, die wir im DAX hier sehen. Das ist jetzt mal die Chance, die heute hier im DAX auch drinnen steckt. Das heißt, wir haben jetzt auch hier ein paar Tageshochs. Die sind zwar noch weit weg, aber bei den aktuellen Volatilitäten kann sich da schon einiges mit ergeben. Also das mal kurz ein kleiner Schwenk hier zum Abschied noch in den DAX für heute. Also damit allen guten Trades. Ich wünsche einen schönen Dienstag und freue mich auf morgen auf die nächsten Handelsideen im Blog. Spätestens 8 Uhr zum Nachlesen auf der Seite von Tickmüll und dann um 8.30 Uhr hier in der Früh wieder zur Besprechung der aktuellen Handelsideen. Bis dahin eine gute Zeit. Bis morgen. Ihr Max Seidel.